Soll ein Arzt beim Suizid helfen? Darüber werden wir heute diskutieren. Zu viele Menschen nehmen in ihrer Not die ärztliche Hilfe beim Suizid in Anspruch. Halt das, wenn es brennt, nehmen zu viele Menschen den Notausgang? Das ist doch Unsinn. Die Ärzte dürfen nicht ihrer Hand reichen zu dem Suizid eines gesunden Menschen. Ob ein Arzt seinem Patient helfen will, ist keine Frage, die das Recht beantworten kann. Wenn wir damit anfangen, solche Voraussetzungen allgemein gültig zu formulieren, machen wir das Sterben verhandelbar. Sie gehen hier von ärztlichem Ethos, von einer moralischen Verpflichtung. Meine Realität sieht ganz anders aus. Ich will nicht mehr leben.